Toll, dass der NWB Verlag jetzt schon 75 Jahre alt ist. Happy Birthday zunächst! Danke für die tollen Projekte, danke liebes Team und ich wünsche euch für die nächsten 75 Jahre Glück auf! Ich wünsche dem NWB Verlag, dass er so weitermacht, vor allen Dingen, dass er so innovationsfähig bleibt, wie er sich in der Vergangenheit gezeigt hat und dass die Zusammenarbeit aus Sicht eines Autors so entspannt bleibt, wie das immer war. Also ich bin das erste Mal mit dem NWB Verlag bei dieser Lohnsteuerjahrestagung in Berührung gekommen. Da hatte ich die Chance, da mit dabei zu sein auf dem Podium. Das war für mich als noch nicht so weit entwickelte Mitarbeiter im Steuerbereich schon eine besondere Gelegenheit, auch sehr aufregend. Vielleicht war es auch eine Stufe zu hoch, aber der Verlag hat das gemacht mit mir und seitdem hatte ich einfach eine ganz tolle Beziehung zu dem Verlag. Als ich begonnen habe, Ende der 80er Jahre, war NWB einfach ein Standard, den musste man haben. Die Dinge immer aufgearbeitet, auch neue Dinge so gemacht, dass man sie gleich verstanden hat, sauber gegliedert hat. Das war für mich ein sehr wichtiger Einstieg ins Steuerrecht. Und NWB hat mit dem Gelb schon sehr, sehr lange eine wirklich farbliche Perspektive gesetzt, die sind einfach aufgefallen. Was zeichnet den NWB Verlag aus? NWB ist für mich vor allem praktisch und praxisnah. Also ich glaube, das prägnanteste Beispiel von Nachhaltigkeit bei NWB ist tatsächlich das Handlungsfeld Klima. Vor allem da das Thema der klimaneutralen Druckprodukte. Das wird gemessen. Da wird geguckt, was können wir jetzt tun, um diese Emission noch zu reduzieren. Und das, was nicht vermeidbar ist, wird konsequent kompensiert. Und dementsprechend kann NWB seit einiger Zeit schon sagen, dass sie klimaneutrale Druckprodukte anbieten und ein wirklich sehr wichtiges Produktversprechen an ihre Kunden mitgeben. Ich schätze besonders, dass der Verlag immer modern und progressiv aufgestellt ist. Wenn Neuurteile zum Beispiel von unserer Seite gesprochen werden, dann werden die innerhalb von wenigen Tagen dort als News eingeschossen. Sie werden teilweise dann auch von einem Kollegen von mir kommentiert. Und das Ganze wird mir weitergeleitet und ich kann sie sofort bearbeiten. Das heißt, der Verlag ist wirklich immer auf dem neuesten Stand und Zeit ist Geld. Das wissen wir alle. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Die unkomplizierte, pragmatische Zusammenarbeit, das schätze ich. Das geht auf dem kleinen Dienstweg per E-Mail. Das sind keine langen Wege. Wir können schnell entscheiden. Und NWB ist auch immer offen für neue Ideen, auch von uns als Herausgebern, mehr digital zu werden. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Und bei jedem Thema stehen die Menschen. Und das, glaube ich, ist das, was den NWB-Verlag auszeichnet. Bodenständig, unkompliziert wie das Ruhrgebiet. Und natürlich auch die richtigen Farben. Schwarz und Gelb, Borussia Dortmund. Einfach gut. Wenn man etwas hat, was einen schon sehr, sehr lang begleitet. Als Medium, auch wenn es sich verändert natürlich, das ist auch etwas, was einem eine Sicherheit gibt. Wurzeln schafft und Vertrautheit. Quasi eine gedankliche Heimat. Auch wenn man etwas Wurzeln schafft. Wenn die Fasten profitieren muss, Lucas schneller gehen. Vielleicht muss ich auch bei den Geist bar.